herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der klemm baustein lyrik und endlich züge wer mich kennt weiß ja autos so langsam fange ich an dafür mich fast zu interessieren aber züge züge fand ich schon immer cool und schön dass lego das vielleicht indiskret zu sagen erkannt hat aber sie machen mich gerade fröhlich um nicht zu sagen natürlich jetzt schon seit längerer zeit weil die ersten bilder davon sind ja schon durchgesickert nämlich vom krokodil ein güterzug aus dem jahren 1919 und der allerdings danach noch länger auch gebaut wurde und in verschiedenen farben und wahrscheinlich durchaus für den ein oder anderen zumindest älteren semesters semesters durchaus bewusst auch schon mal irgendwie zur kenntnis genommen hat gerade denkt die grüne variante davon ist bei uns glaube ich auch viel rumgefahren kommt aus der schweiz und gibt jetzt eben als lego modell das sehen wir hier 1271 teile sind es für erst mal normalpreis 100 euro 99 99 wie es bei lego dann ja mal heißt erscheinen wird der zug am ersten siebten 2020 ja und wie wir hier sehen es ist ein bisschen schiene dabei allerdings auch nicht viel also das ist sowas zum hinstellen und das sind auch wenn wir das richtig sehen hier nicht die typischen schienen um nicht zu sagen das ist nur gebaut also das sind nicht die schienen mit denen man das gute teil normalerweise durch die gegend fahren lassen wird weil das ist sicherlich jetzt hier keine drahtseilbahn sondern das ist was wir hier unten sehen der untergrund zum hinstellen das haben wir natürlich auch ein schildchen hier wir sehen das gleich alles noch ganz detailliert also tatsächlich kann man ihn dann aber auf normale schienen setzen und motorisieren und damit dann auch tatsächlich ganz normal fahren lassen auf der eigenen bahn zumindest wenn es eine neuere bahn ist oder man stellt eben ins regal und dann nimmt man diesen untergrund wo dann auch noch diese braunen teile mit dazwischen liegen und wie wir hier auch sehen das sieht fast aus wie beleuchtet ich will nicht ausschließen dass das wenn der motor da drin ist ich glaube selbst dann sieht man diese beleuchtung eigentlich nicht also das ist glaube ich eher so eine geschichte die der designer sich da überlegt hat aber soweit ich aus dem interview noch in erinnerung habe dass ich geführt habe mit einem mit jamie der damit war auch für verantwortlich war sind das hier keine aufkleber sondern sind drucke mit ausnahme des schild weil wohl dieses strahlende weiß auf dem schwarzen schwarz zu größeren druckproblemen führte und wenn man da weiß auch schwarz drucken würde bei deren verfahren bei lego das ganze eben nicht ganz so schön strahlend weiß wäre und man deswegen dort wohl ja eben den aufkleber nimmt um das ganze ein wenig glänzender zu machen ob das immer so ist wie es ist ich gebe das jetzt mal so weiter hier sehen wir schon mal vorne ganz witzig hier auch dass die schwarze würstchen hier angesetzt sind die wir hier als elemente sehen ich habe das teil leider auch noch nicht in betrieb gesehen nur so dass es vor die kamera gehalten wurde und da sah das schon ordentlich aus also erst recht weil man hier dieses mittelteil dann rausnehmen kann und dann setzt man da wo auch diese stromabnehmer da drunter dann drüber sind da drunter den motor das ist der typische hub wie er ja auch bei den anderen zügen drin ist also den könnten zug fans vielleicht schon haben aber dann kommt ein normaler motor das finde ich ganz interessant es ist also nicht der zug motor der da drunter sitzt sondern das gute teil hier die 88013 und wenn man das alles zusammen allerdings kaufen würde das ist der große motor in diesem fall nennt das lego gerne wären das 85 euro übrigens wenn man einzeln kauft die beiden elemente also ich hoffe wenn das jemand überlegt dann hat er die sachen vielleicht schon also dann also das ist ja fast der preis des modells also dass diese einzelpreise für diese power up geschichten sind mir auch weiterhin ein großes rätsel was lego dahinter sich eigentlich denkt aber wer das schon hat zum beispiel ja zum beispiel auch aus alten zügen zumindest den hub und oder weil er zum beispiel die knutschkugel da von batman hatte dann kann das natürlich eine interessante variante werden und dann fährt er auch allerdings bitte nicht so weil dann geht es ganz schnell ans ende sondern dann nimmt man sich seine normalen schienen nicht diese geriffelten hier das sind auch keine geriffelten die sind ja wie gesagt gebaut und dann geht es auch geht sie auch ab die zugluzzi hier da sehen wir auch die maße 52 zentimeter lang allerdings mit dem aufsteller unten und der zug selber 16 zentimeter dann hoch also der zug selber wird wird man sagen so 45 zentimeter wenn ich jetzt mal grob schätzen würde dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen aber diese schwarzen würstchen da das ist aber auch also ja auch die kupplung hier ist ganz witzig das scheint auch gebaut zu sein das ist nicht eine aber das wäre nochmal interessant wie das jetzt hier ist weil das stimmt ich habe das nämlich auch jamie gefragt wie sieht es eigentlich mit anhängern die könnte man natürlich ja bauen hat er ja recht aber ist das ein magnet ist das die normale magnetkupplung wie sie bei den zügen wäre ja wäre zu wünschen weil ansonsten wäre die frage wie man es dann eben anbringt naja das da müssen wir also noch auf den ersten august warten auf dem ersten juli da freue ich mich aber auch schon also ich werde mir das ding sicherlich holen wir sehen hier die radreifen wir sehen zwei minifiguren dabei mann und frau aber es unterscheidet sich hier bei den beiden auch nur ja gesicht und frisur der rest ist gleich okay also aber ja auch dieses schlag das kennt man ja auch von der von der deutschen bahn hier mit dem mit diesem kleinen um den hals hier mit dem schal ja gut da haben wir den motor der da theoretisch nicht dabei also nicht nur praktisch nicht dabei ist aber theoretisch rein kann da sehen wir das ganze nochmal von der seite da haben wir auch den aufkleber beziehungsweise das schildchen interessant fand ich übrigens der name krokodil kommt nicht vom also haben die suchentwickler selber sich nicht ausgedacht sondern den hat sich märklin ausgedacht als sie das gute teil nämlich 1933 34 dann in ihrem katalog vorgestellt haben als modelleisenbahn und da haben sie das krokodil genannt und da kommt der name auch her und folge modelle wurden dann auch tatsächlich wohl auch von der bahn selber dann krokodil genannt also da hat märklin einfluss dann drauf genommen aber der ursprungsname der war dann warte mal hier ich habe es mir aufgeschrieben ce 6 schrägstrich 8 2 und 3 okay finde ich krokodil schöner obwohl hier unten steht es auch noch mal ce 6 8 3 2 ja switzerland genau aus der schweiz kommt es elektro betrieben und 65 kmh aber es war ja natürlich auch ein güterzug also da ging es nicht um geschwindigkeit und irgendwelche fahrpläne zwischen fulda und kassel irgendwie einhalten sondern darum dass güter in massen transportiert werden aber der sieht doch cool aus von der seite oder auch hier da oben also nicht nur die strobe abnehmer sondern auch hier da die die entsprechenden schnüre würde würde ich jetzt natürlich wieder sagen nein also diese kabel die hier verlegt sind auch mit diesem grün mit wenigen teilen sehr effektvoll umgesetzt wie finde da noch mal von oben auch rauf geguckt hier sehen wir auch noch mal da wie das mit diesen peitschen quasi ja dann umgesetzt wurde auch die stangen hier die denn über die reifen gehen beziehungsweise räder und ja finde das cool das teil hat was auch schön hier überall das haben glaube ich gerade bei der seite auch noch mal warte mal gehen wir noch mal zurück hier diese rüffelungen überall die gebaut sind das sind die ganz normalen gitter elemente aber sie wirken wirklich schön wie lufteinlässe hier sehen wir auch noch mal die gebauten schienen und da hat mal jeder jemand fallen lassen das ganze da sehen wir auch zahnräder klar irgendwie muss ja der motor da auch reingreifen leider sehen wir nirgendwo wie der motor wirklich dann da eigentlich auf die gräder geht also das müssen wir vielleicht auch beim fertigen modell da noch mal abwarten das sind irgendwie so graue stillleben lassen wir mal beiseite dann kommen jetzt die stylischen fotos lifestyle schön mit schärfe und unschärfe ein fröhlich dahin guckender mensch hinten hier sehen wir aber auch die app die es dann dazu gibt beziehungsweise wird die powered app sein die dann eben erweitert ist um den zug mit einem cockpit das aus oder so aussieht eben wie es früher war und daran ist es wohl auch angelehnt so hatte mir jamie das auch erzählt mit auch das waren die pfeifen und ja natürlich auch nur aus dem handy rauskommenden tönen für die luft den luftablas dann machen kann hier die bremse dann damit gehen wir wahrscheinlich gas also steuerung ein bisschen anders als man von anderen zügen das kennt sondern tatsächlich versucht wohl ein bisschen das anzulehnen als original und hier sehen wir auch wie der motor da dann einfach reingesteckt wird das ist also nicht irgendwelches gefrickel sondern das ist tatsächlich so vorgesehen warum auch nicht wenn man 85 euro noch mal dazu einnehmen kann so hier will jemand auch sofort fotos machen und das gute teil natürlich auch auf seinen schönen sauber aufgeräumten sims dann stellen ja was ist denn das hier links frage ich mich gerade was hat er denn da für eine leere glühbirne ja ich finde es immer witzig was hier aber sie ist er hat mag auch sowieso züge und ein tintenfässchen da hat wo kriegt man heute noch ein tintenfässer naja wahrscheinlich nur für ausrüster für solche stylischen fotos das ist es wahrscheinlich und eine kugel er natürlich komm jetzt fehlt ein noch die lava lampe nee die wäre glaube ich zu kitschig aber das handy das liegt da schon mal daneben da sehen wir auch ach guck mal siehst du wollen wir noch nicht nicht verheimlichen die minifigur hat auch noch ein täschchen dabei mensch sie mit ihrem lamborgia lamborghini lamborghini so guck mal jetzt aber hier wird geguckt da sinnlich man weiß gar nicht wie so ein foto dann wahrscheinlich entsteht stundenlang start er auf plastik und dann hat er hier noch so eine schale klangschale wäre noch schön vielleicht na da starte noch mal von der anderen seite man wird möchte gern mal so die anweisung für sowas wissen und da wird aber das das kann doch so noch nicht also das ist so mitten im bau oder kommt da schon der stromabnehmer während der vordere teil noch fehlt naja man weiß es nicht wir werden es alles im juli erfahren dann noch mal in die hand genommen das scheint ja wohl so wie er das hier hält wenn ich das jetzt mal so sehe würde ich mal sagen na das scheint ja zu halten hier der hat das ja so ein schief und es rollt nicht runter okay interessant oder war das das letzte bevor sie dann diese fotos gemacht haben wo das ding dann auf dem fußboden liegt kann natürlich auch sein ja hier wird es noch mal abgenommen und hatte ich schon erwähnt dass ich es einen sehr schönen coolen zug finde also ja da wird wieder siniert und von hinten noch mal reingeguckt und dann hier guck mal da ist noch der motor nicht drin dann sind hier auch noch so lüftungen hier so drin wohl hier so ventilatoren würde ich mal sagen da können auch die beiden sitzen einer vorne einer hinten je nachdem welche richtung ist wahrscheinlich dann geht und da ist jetzt der ab der power up ab was man hier übrigens auch noch schön sieht ist die breite also es ist wieder sehr klassisch wir haben hier sechs also der normale zug ist sechs noppen breit plus ein bisschen links und rechts also die breite vom disney zug der hatte glaube ich acht die hat man wieder hier auf das normale runter gestutzt aber es sind eben sechseinhalb oder sie also hier da sieht man ja nicht also es geht ein bisschen drüber hinweg über die sechs aber es ist so das klassische was man bei zügen ja durchaus in letzter zeit ja hatte nochmal mit schildchen dran und dann nochmal mit fernglas schön und das war als das dann runtergefallen ist ja genau jo also damit kommen wir quasi quasi was versuchen wir denn für ein fazit ziehen also ein schöner zug für leute die züge mögen ja so kann man es glaube ich festhalten viele fragen sich vielleicht auch und das war auch meine erste reaktion krokodil warum so ein güterzug warum nicht naja irgendwas anderes das interessante ist wohl an dem guten teil werden wir hier oben auch nochmal das finde ich auch ganz schön gemacht hier mit diesen kleinen zähnchen da ähm oder den hörnern dass die frage natürlich auch immer ist wenn man sich so ein schönes modell raussucht von lego seite dann sollte es natürlich auch irgendwas sein was wahrscheinlich international einigermaßen bekannt ist nicht jeder ist mit der schweizer bahn jetzt vielleicht verbandelt aber dieses modell in dieser art ist eben doch relativ weit verbreitet und kennt man vielleicht auch aus filmen und 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 also hat man da vielleicht noch am meisten wiedererkennungswert als wenn man jetzt den deutschen ICE allerdings auch völlig dröge gewesen wäre gegen so ein prachtexemplar oder so eine alte dampflok die wäre vielleicht noch aber die hat man natürlich auch schon oft gehabt da finde ich schön dass man auch mal was anderes genommen hat vielleicht hätte man dieses grün eher nehmen können was ich gefühlt eher damit verbinde aber das kann sich vielleicht auch gerade kann vielleicht irre ich mich auch ein anderes modell im kopf aber dieses braun ist wohl auch sehr original soweit ich es auf bilden dann dann gesehen habe gucken wir noch mal von allen seiten und dann bin ich gespannt was ihr denn davon haltet schreibt es gerne in die kommentare und ich freue mich auf den ersten siebten da werde ich mir das gute teil sicherlich holen und wird es dann hier sicherlich auch vorführen auch mit motor das die komponenten habe ich gott sei schon klar man muss auch mal glück haben das war's ja bis bald dann und tschüss